Der Busfahrer Gordon Hart Der ehemalige Busfahrer Gordon Hart aus Irland schrieb, dass er in einer abgelegenen Gegend der Bus eines Tages nicht anspringen wollte. Alle Fahrgäste waren bereits wieder ausgestiegen und er war ganz alleine, da der Erschaffner Hilfe holen ging. Während er in der Nähe seines Busses wartete, vernahm er mit einem Male Stimmen, die er für weit entfernt hielt, bis er hinter einigen Büschen zwei 30 cm große Zwerge hervorkommen sah und die ihm erklärten, dass die Batterieführung lose sei. Was tatsächlich stimmte. Dann unterhielten sie sich noch über allerlei Dinge, was in ihren Ohren recht verrückt klingen würde, wollte ich es ihnen erzählen, schrieb er in seinem Brief. Sein Schaffner berichtete von einer anderen Begebenheit. Sie kehrten von einer Fahrt in eine sehr einsamen Gegend im Bezirk Silgo zurück. Da sie früh dran waren und nicht vor sieben wegfahren wollten, wartete Herr Hart draußen neben der Autobustür. In diesem Moment schossen zwei Hasen aus einem Busch hervor, unmittelbar gefolgt von dem kleinsten Mädchen, das er jemals im Leben gesehen hatte. Sie war knapp 25 cm groß und er traute seinen Augen nicht. Als er seine Stimme wiederfand, rief er nach dem Schaffner, der hinter dem Bus saß. Sie durchsuchten die Büsche und sahen sie dann auf einer Grasnarbe sitzen. Doch als sie diese erreichten, war sie verschwunden. Der Großvater von Herrn Hart brach sich als junger Mann das Bein, als er in dieser Gegend versuchte, über einen Bach zu springen. Bis zu seinem Tode behauptet er, von Elfen ans Ufer gebracht worden zu sein, um ihn vorm Ertrinken zu retten. Unterdessen wurde seiner Frau gesagt, dass sich ihr Mann in Schwierigkeiten befand. Sie verließ das Haus gegen vier Uhr morgens und ging zum Fluss, wo sie ihn in großen Schmerzen liegen sah. Mit Hilfe der Nachbarn wurde er nach Hause gebracht. In diesem Teil Irlands haben sich viele merkwürdige Dinge eignet, meinte Herr Hart. Meine Mutter erzählt uns heute noch seltsame Geschichten von Elfen. Gitarren. 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 Bis zum nächsten Mal.